Grundsätzlich ist es aber so, dass wir, wenn wir in die anderen europäischen Länder sehen, dann sehen wir, dass dort sehr viel mehr anteilig an der Wirtschaftsleistung für Kinderbetreuung ausgegeben wird. Also bei uns sind es 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, in Norwegen zum Beispiel sind es fast 2 Prozent. Wenn wir das umrechnen würden auf Österreich, dann wären wir bei diesen 4,4 beziehungsweise 4,5 Milliarden Euro für ein Jahr zusätzlich und nicht für sechs Jahre bis jetzt ausgegeben wurde. Ich sehe aber auch, dass die Situation insgesamt in den Kindergärten eigentlich deutlich schlechter ist als noch von vor zehn Jahren. Wir haben irrsinnig viel Personal, das eigentlich nicht im Bereich bleiben will oder ganz verlässt. Wir sehen, dass ein Drittel derjenigen, die die Schule abschließen, den Beruf überhaupt erst beginnt. Alle anderen kippen sich das gar nicht. Und wir wissen von über der Hälfte, die nach fünf Jahren befragt werden, die sagen, in diesem Bereich werde ich nicht in Pension gehen. Und wir sehen, dass die Schule abschließen. Und wir sehen, dass die Schule abschließen.